Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Diesmal mit dabei, Emi. Hi. Guten Tag. Im Zimmer bin ich. Ja, ich bin noch in... Ich bin noch in... Ich gehe dann zum Campingplatz, ne? Okay. Und ich bezahle noch eine Rechnung. Ähm, 64. Und da 64. Mein Kondo hat mir seine Pecunias alle gegeben. Und hier steht... Gut. Wie in der Linie von Franz. Moody. Wow. So, ich komme jetzt wieder zurück. Ja, das sieht wunderhübsch aus, finde ich. Schön, das freut mich. Schön. Ich bin auf dem Weg zum Campingplatz. Ja, ich denke, ich werde mich jetzt dann um... Das Hühnergehege wolltest du da um. Genau. Um das Hühnergehege kümmern. Denn die Baumfarm ist ja fertig. Die Brücke da hinten eigentlich auch. Ich glaube, da waren noch Lampen zu machen. Oder? Warte, ich gucke mal. Ach genau. Und der, ähm... Weg ist nicht ganz fertig. Da fehlt noch, äh, Kies. Ich brauche auch Kies. Habe aber gerade nicht mitgenommen. Wir haben auch keinen. Soll hier ein Loch sein? Äh, im Gehege bei den Hühnern, ja. Das ist ja noch nicht fertig. Die habe ich ja extra gelassen, die Löcher. Damit man da noch rein und raus kann. Ach, hier habe ich ja meine Sachen hingepackt. Äh, wir können auch, wenn du möchtest, ähm, erstmal nochmal losflitzen. Und, ähm, ein bisschen über, über Land laufen und, ähm, und, na, Kies besorgen. Wenn du auch noch welchen brauchst. Ich brauche richtig viel noch. Ja, dann, ähm... Ich komme mal in deine Richtung. Ja. Also irgendwie habe ich hier heute Schanklöcher. Guck mal. Ganz übel. Die gehen aber wieder weg, wenn du da hingehst. Ja, ich gehe da mal lieber nicht hin. Das ist bei mir auch so, dann bleibt der Boden, kommt das wieder, der Boden und so, das passiert nicht. Ja, ich traue dem Braten hier nicht so. Ich komme mal zu dir. Und, äh, dann gehen wir einfach von dir aus dann los. Was hältst du davon? Ach, dann kannst du dir auch gleich dir eine Brücke angucken. Die da? Hm. Warte doch auf mich. Hm, hm, hm. Ähm, brauchst du noch lange? Nein, ich bin gleich da. Ähm. Ich bin schon am Kuhgehege. Ich bin auf dem Campingplatz. So. So, jetzt sehe ich dich. Ich habe dich gerade nicht gesehen. Fehlt hier ein Zelt? Ja, das, ähm, habe ich noch nicht bekommen. Ah, okay. Vielleicht baue ich hier noch eins, zwei Wohnwagen hin oder so. Ja, finde ich gut. Mach du mal, der darf ruhig groß sein. Ich meine, du hast da bisher drei Zelte stehen. Das ist voll der Riesenplatz hier. Ja, den nutze ich natürlich dann auch. Guck mal hier. Also hier kannst du auch noch einen Weg hin machen. Das ist dann quasi für die... Campingplatz. Campinggäste. Was ist denn das? Ich bin gerade irgendwie voll in einem komischen Modus. Ja, das hier ist die Baumfarm. Ja, die... Warum sind hier so welche Dinger? Was für Dinge? Die muss ich noch abbauen. Das soll mal Laternen werden. Also das ist eine Laterne. Die ist fertig. Nur die andere abbauen. So, dann lass uns mal hier gerade so über den Berg. Ich habe nur keine Schaufeln dabei. Ja, das ist schlecht. Naja, ich habe dabei. Ist egal. Wie viele? Wir holen dir nur ein bisschen Kies. Eine. Und die ist auch fast kaputt. Wir sind gerade nicht mal gut ausgerüstet. Nee. Ich habe auch so überhaupt keine Axt mehr. Ich habe nur Spitzhacken zwei dabei. Die habe ich auch. Zwei Stück? Ja. Hey, warte mal noch nicht. Wir sollten darüber... Hast du Essen? Essen? Ich nicht. Hast du auch nicht? Nö. Oh man, hier. Lecker Äpfel. Bitte. Ich Äpfel liebe. Yoda, wo bist du da? So, dann mal hier in die Berge. Hier unten gibt es Kies. Aber du wartest nicht auf mich. Ich sammle ein. Okay. Atmen zwischendrin, ne? Ja, sonst so wie die Lava, Emi. Ich brauche nicht atmen. So. Ich muss nachts nicht atmen. Äh, hier ist noch. Ja, ich weiß. Ich muss nicht atmen, weil ähm... Selbst im Echten muss ich nicht so schnell atmen. Mich? Nein. Warum buddelst du dich hier lang? Na, weil hier Kohle ist. Die will ich mitnehmen. So, da ist auch noch Kohle. Die nehmen wir auch noch mit. Da ist auch noch Kies in der Wand. Hast du da Luft bei dir gerade? Nee. Ich auch nicht. Ich muss doch... Hilfe, Hilfe. Hilfe. Jetzt habe ich Luft. Hat's gepasst? Ja. Ich hatte gar keine Dings mehr, ne? Ach, warum komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Nur ich kann das Reich betreten. Ach, du bist mir immer vor der Linse. Also heute bist du ganz schlimm. So, dann lass uns erstmal ein bisschen weitergehen. Im Wasser ist so geduld. Ja. Ich bin nass. Kohle. Kohle jetzt gerade im Moment egal. Nein, und daneben ist Kies. Wo? Du bist ein Blindfisch. Ich weiß, dass da Kies... Hä, wo bist du denn? Na hier, beim Kies. Hier ist Kies. Hier auch. Wie viel brauchst du denn, wie viel Kies? Ich brauche richtig viel, so 300 Stacks. 300. Nein, Schatz. Ähm, weniger. Auf jeden Fall weniger, ähm... Weniger als 300 Stacks. Ja, ich denke mal so... Das finde ich gut. ...2 Stacks. Okay. Ja, da wollen wir ein bisschen was mit. Ich brauche ja nun nicht mehr viel, das ist ja nun schon fertig da. Wenn du noch irgendwie... Ich mache mir gerade eine Schaufel. Okay. Weil, ähm... Ist doof, wenn du immer alles abhackst. Wartest du jetzt bitte auf mich? Ich bin noch da, wo ich Kies abgebaut habe. Da ist nämlich auch noch Kohle. So. Wo? Hier unten im See? In dem Loch. Ich sehe aber dein Namensschild nicht. Ach, da. Da habe ich aber Kohle abgebaut. Nein. Du hast sie hier abgebaut und liegen lassen. Ups. Jetzt... Nein! Was denn? Jetzt habe ich eine, ähm... Spitzhacke. eine Steinspitzhacke gemacht, anstatt eine Schaufel. Ja, sagen wir nichts dazu. Das ist doch bescheuert. So, ich muss jetzt auch mal was essen. Am besten laufen wir mal da hinten hin, wo noch Stein ist. Hier in die Richtung. Ist hier Kies? Kies? So. Wo bist denn du jetzt? Hier. Blindfisch. Wenn du mich Blindfisch nennst, dann nenne ich dich auch Blindfisch. Kohle. Oh, und ganz viel Kies. Ich habe bis jetzt nur ein Steak und zwölf. Ich habe schon ein bisschen was an Kohle. Ähm, ja. Kohle habe ich 30. Ich rede gerade vom Kies. Ja, habe ich, äh, fast zwei Steaks. Ich auch. Ich glaube, ich brauche doch etwas mehr. Aus der 300 nehmen wir die beiden Nullen weg. Ungefähr drei Steaks. Ähm, hier ist noch ein bisschen was. Jetzt habe ich zwei Steaks und einen. Äh, du rennst ja voll weg. Mach ich nicht. Diesen einen, nehm ich. So, ähm. Aber du bist voll schnell. Hier ist auch noch Kies. Und hier auch. Wo ich gerade bin. So. Tada. Da oben ist auch noch Kies. Ja. Ah, ja. Ah, guck mal. Besteht da nicht der halbe Berg aus Kies? Wo? Schnell gucken. Hier hinten. Ja. Lass uns da hin, ne? Guck mal, hier auch ganz viel. Ich gehe aber hier hin erstmal. Ja, mach das. Ich nehme das hier mit. Ich nehme den halben Berg mit. Genau. Ist doch nicht schlimm, oder? Nein. Ich hänge fest. Das ist schlecht. Ja. Mich hält hier irgendein Block fest, den ich nicht sehen kann. Warte. Ich sehe dich gar nicht. Ach da. Jetzt bin ich frei. Ja. Ich weiß. Ja. Also ich glaube, Kies haben wir gleich erstmal wieder ein bisschen was. Ich brauche drei Stacks. Ja, habe ich ja schon. Vielleicht auch mehr. Ich habe ein paar mehr Stacks sogar schon. Wie viel? Ich habe drei Stacks und eine. Ich habe drei Stacks und eine. Das ist doch noch alles gut hier in meinem Inventar. Mama. Mama, ich kann nicht mehr abschaufeln. Wieso nicht? Kaputt. Ja, dann sammel doch mal alles hier mit ein. Tu ich doch gerade. Au. Warum hast du eigentlich eine Schaufel, die so schnell abschaufelt? Na, weil ich die, die habe. So, das reicht erstmal. Jetzt habe ich vier Stacks. Mama, das reicht. Ja, lass uns hier noch ein bisschen was mitnehmen und dann verschwinden wir. Ja, dann gehen wir zurück. Wie viele Stacks hast du? Weil es ist ja auch nicht schlecht, einige jetzt. Es ist ja nicht schlecht, was im Lager zu haben auch, ne? Ja, zwei Stacks packen wir in den Lager. Weil ich brauche. Und wenn ich brauche, dann brauche ich. Ja. So. Freik ich jetzt nicht, wie ich das zugemacht habe. Was hast du zugemacht? Das Wasser. Oh. Bis du es wieder aufgemacht hast. Ja, mach doch nichts. Ist doch egal. Lass doch. Aber dann werde ich nass. So. Okay. So, das reicht. Ja, würde ich auch sagen, das reicht jetzt. Jetzt häng ich schon wieder fest. Nein, tust du nicht. So, ob wir mich nicht sehen können. Du hängst gerade gar nicht fest. Nein, jetzt nicht mehr. Warum jetzt auch noch Sand? Na, weil wir alles ein bisschen gebrauchen können. Soll es mir von der Linse weggehen, sonst kann ich hier nichts machen. Ich muss aber essen. So, dann lass uns mal zurück. Äh, um die Richtung. Warte, anstatt uns zu porten. Wir laufen. Wo bist du? Na, ich bin doch gerade eben losgelaufen. Ich hab doch gesagt, komm. Ja. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin da, wo wir langgegangen sind. Nein, bist du nicht. Ich sehe aber den Lava. Hier sind wir langgegangen. Hier sind wir wirklich langgegangen. Guck. Na dann. Hier ist das Rieseloch. Du Kies. Was gesammelt hast. So, ich bin schon wieder da. Ich glaube, ich hab mich verloren. Ich brauch ne blöde Minimap. So. Na, jetzt hab ich natürlich da überhaupt nichts dabei, ne? Ob ich das reinpacken könnte. Hm. Egal. Wir sind einfach nur gerade ausgelaufen, ne? Na ja, eigentlich schon. Also, ich bin schon wieder zurück. Ja, du hast ja auch den viel einfachen Weg genommen. Und du hast einen, ähm, Wellenpoint, wo du das siehst. Und ich nicht. Ne. Deswegen solltest du mir ja auch hinterherlaufen. So. Wo ich aber manchmal keine Lust drauf habe. Denn ich bin da neben mir. Sag bitte, ich bin jetzt... Falsch. Kannst du mich bitte porten? Mhm. Ja, ja. Dann komm, kannst du mich bitte porten? Na gut. Ich porte dich gleich. Jetzt muss ich ihn gucken. Warum gleich? Ja, ich muss. So. Okay. Dann, ähm, porte ich dich jetzt her. Ähm, TP. So. Bitteschön. Danke. Hier, kriegst du noch den Kies. Reicht dir das erstmal? Ja. Gut. Wo kommt Kohle rein? Äh, an die Öfen. Also, bei den Öfen. Wo denn? Wo denn rein? Ja, und die hier, die nebendran sind. Genau. Die kleinen, ne? Genau. Gut, dann lass uns erstmal den Part beenden. Jetzt schon so weit. Ja. Und am nächsten Mal machen wir weiter. Ja. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.